Wie sind für dich deine Jahre am College gewesen? Erzähl mal so, wie hat es sich sportlich vor allem entwickelt bei dir? Auf jeden Fall sehr viel. Ich kam aus der zweiten Regionalliga und hatte noch einiges zu lernen und habe in den vier Jahren meiner Meinung nach auf jeden Fall mich sehr weit entwickelt. Und hoffe das jetzt auf jeden Fall hier noch weiterhin umzusetzen. Dein Bruder Andi hat es in den letzten Jahren ganz gut geschafft, hat sich sehr gut weiterentwickelt, ist jetzt Stammspieler, hat zu Nadel & Dragon gewechselt. Ist er für dich so ein bisschen ein Vorbild? Auf jeden Fall. Er hat es direkt aus der Jugend hier in den Profikader bei Alba geschafft, hat sich dann halt bei Trier etabliert und natürlich so spielerisch, hat er einen anderen Stil, aber wie er es dahin geschafft hat, wo er jetzt ist, war auf jeden Fall sehr vorbildlich für mich. Du hast gerade angesprochen, was unterscheidet euch oder was habt ihr auch gemeinsam? Ich meine, ihr seid beide relativ groß, ihr habt vielleicht ähnliche Veranlagungen? Ja, mein Bruder ist glaube ich auch mehr der Werfer und Taktiker, sag ich mal. Ich habe dafür ein bisschen mehr Athletik in meinem Spiel, würde ich sagen. Und wir haben sonst beide große Typen und versuchen halt den Rebound zu holen und ein Putback zu machen. Von daher ist das ungefähr das, was wir im Gleichen haben. Hoffst du mal auf ein direktes Duell bald? Auf jeden Fall. Das ist, sag ich mal, eines meiner Ziele. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und auch zu sehen, wie ich gegen ihn abschneide. Wir haben jetzt im Sommer schon ein paar Eins-gegen-eins-Sessions gehabt, die auch, sag ich mal, gut ausgegangen sind und manchmal schlecht ausgegangen sind. Aber auf dem Spielfeld ist dann immer wieder was anderes. Hast du dich mit Andi ein bisschen darüber ausgetauscht, über was sich bei Alba erwartet und auch was sich so in der Bundesliga erwartet? Ja, er meinte halt vor allen Dingen, wenn man jetzt College mit der Bundesliga vergleicht, ist es auf jeden Fall total anders, weil es auch ein europäischer Spielstil ist. Und es wird auf jeden Fall nicht einfach. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich richtig eingelehnt habe, sagt er. Und ich bin auf jeden Fall bereit dafür, die Challenge anzunehmen.